Schießt der Himmel ein, ganz starke Aktion vom Torhüter. Solberg. Eierkampsterdarm bekommt die Enkel. Er macht den Elber. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter, du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nichts. Und jetzt die Chance. Wie macht er nebenbei? Nichts zu machen für den Torhüter, der Ball geht flach ins Netz. Jetzt steht's unentschieden, das Spiel ist ausgeglichen. Eierkampsterdarm. 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 Darm. ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. War klar. Und jetzt die Schoß. Wie ist das schon, der Sieg, der war? Ja, viel Zeit ist es nicht mehr. Was für eine dramatische Schoßphase. Schöne Zuspiel. Gute Aktion. Brotley. Und er hat jetzt das Tor. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3.